Es geht los! Unglaublich, wir werden die Riesen sehen! Also, sofern alles nach Plan verläuft... Ja. Was jetzt, keine Ahnung, der wievielte Versuch ist das jetzt eigentlich, dass wir da hinwollen? Der vierte? Nur zu, stelle Jittenheim ein und dann geht's los. Da oben... Ah... Okay... Junge! Der Kopf! Nimm ihn! Oh, klar! Hab ihn! Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh! Hatte ich nicht bedacht. Äh, vielleicht sollten wir das besprechen. Ne, wird schon gut gehen. Bereit! Oh, das ist unangenehm! Oh! Das ist unangenehm! Jetzt, Junge! Da! Wir sind fast da! Und, worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen! Ah, der Kleine hat sich echt langsam gemausert, hä? Habe ich so den Eindruck, ey. Das ist auch wie die vorhin zusammengekämpft haben. Genau, bevor wir fortfahren. Ja. Ja. Was ist das? Ja. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand entde... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit. Komm. Das ist mal eine solide Treppe. Oh, ich hab einiges mit dir vor. Ah, ich mag die beiden. Ich mag auch Mimir. Und ich mag auch wieder unseren Sohnemann. Ah, nee, das war voll cool gewesen, wie die zusammengearbeitet haben. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ah, super cool. Merkt man richtig so die Entwicklung einerseits, was seine kämpferischen Leistungen angeht, aber auch so diese Vater-Sohn-Beziehung, wie sich das jetzt mittlerweile... Weiß ich nicht. Gerade das hat sich jetzt richtig offen gelegt und ihm alles mehr oder weniger erzählt. So, zumindest grob erst mal. So wie Zeit war eben, ne? Schöne Sache. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Geschafft! Haben wir. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah! Junge. Taxi. Taxi. Junge. Nichts. Ich dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Hallo, ist jemand hier? Das sieht ja jetzt noch besser aus. Wobei, wohin wo es offen gelegt hat, ist das besser aus. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Der Traum von Midgard. Midgard war ein Traum von dem, was sein könnte, wenn wir gemeinsam arbeiteten. Jüdna Asen waren in Alben, Zwerge und Sterbliche vor allem. Es war schön, aber nicht alle können teilen. Manche glauben, dass alles Unkontrollierte wild und bedrohlich ist. Und so wurden wir verspottet, betrogen, benutzt und schließlich abgeschlachtet. Odin und diese einen wurden aus unserer Welt verbannt. Doch das war nicht genug. Der Zorn des Thor und sein grausamer Hammer haben uns in Midgard an den Rand des Abgrunds gebracht. Uns bleibt nur noch der Rückzug, solange noch jemand übrig ist. Odin und Thor hätten alle Riesen umgebracht, wenn sie es gekonnt hätten. Und sie sind damit davon gekommen. Ja, es würde mich schon sehr wundern, wenn wir auf Odin bzw. auf Thor nicht irgendwie noch treffen würden. Ja, aber mal gucken. Moment, hier ist noch was. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Ich müsste sie fühlen, aber ich tue es nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stillen sich. Hm, wer ist der Wächter? Ich fand ja eigentlich von Andreas den Gedanken sehr gut, dass der Mund schon der Mutter war. Dass die die Reise antreten, damit die beiden zusammenfinden. War echt ein ziemlich schlauer Gedanke gewesen. Die Rückkehr der Wächterin. Wir sehen Midgards Schicksal voraus. Überrannt ein zweites Ziel. Weder Odin noch seine Toten dürfen Jutunheim erreichen. Die Wege müssen versperrt werden. Schlange und Wächter sind geblieben. Auf ihn allein liegt unsere Hoffnung. Erst wenn das Verderben das Unzerstörbare befällt, wird der Wächter zurückkehren. Bis dahin warten wir auf eine bessere Welt. Ohne Angst, ohne Gier, ohne Krieg. Wir warten auf Erlösung und Gerechtigkeit. Wir warten auf einen Helden. Wir warten auf Nachricht, dass sich die Götter zum Guten gewandt haben. Hoffe, diese Welt kommt bald. Hm. Sind wir dieser Held? Warte! Warte! Hier passiert was! Warte! Deine Axt! Und Mutter! Da! Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Sie kannte Riesen? Das sind wir! Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldy. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber... Was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riese. Ich bin ein Riese. What? Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber... Warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldr war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt. Ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal was es ist. Aber... Außerdem... Lag sie noch nicht falsch. Na komm. Wir sind dem Ende schon so nah. Hm. Ja. Ja. Ja, sind wir. Eieieieiei. Hm. Schon wieder Gänsehaut, ey. WTF geht mit dem Spiel? Ähm... Also wenn man sich die Bilder anschaut. Zumindest von dem, was da ist. Ist ohne Mann der Einzige, der zurückgeht. Oder zurückkehrt. Und das überlebt. Puh. Ja, mal gucken. Also... Das Ding ist, da fehlt ja ein bisschen was, ne? Und... Die Mutter war ein Riese? Ein kleiner Riese oder was? Weil sonst hätte man das ja wahrscheinlich feststellen können. Ähm... Das bedeutet also, dass Atreus, äh... Halb Gott, halb Riese ist. Was ist denn das bitte für eine abgefahrene Mischung? Ist ja der... Voll der krasse Shit... Mischung. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt. Und heimgeführt. Wenden wir's. Ja... Ja... Ich bin gerade... So unfassbar gespannt, ey. Oh Mann. Wow. Ja... Vater. Nein. Wir tun es gemeinsam. Sohn. Tomás. Untertitelung des ZDF, 2020 Leb wohl, Faye. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen... ...sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesen. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich... ...Luki? Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten. Zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen? Oder geheim halten? Ich... ...weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Ich habe ja gerade ein bisschen feuchte Augen, muss ich zugeben. Nimmt einen schon ganz schön mit alles. Krass. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott? Ha. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wie ertrogenes Stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allem Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Das war die erste Geschichte, die Kratos erzählt hat, oder? Kann er auf jeden Fall gut. Sollte vielleicht öfters machen. Oh, du hast einen Trost in dunklen. Oh, du hast eine tolle Geschichte, die Kratos erzählt hat, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 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 war da irgendwie Meerwinter gewesen. So. Ja gut, bis auf den letzten Monat. Jetzt ist ja wieder schönes Wetter, ne? Alles klar, Leute. Also, wie gesagt, das ist erstmal ein rundes Ding. So von der Story und so. Das haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Es kann halt sein, dass ich nochmal irgendwie noch ein bisschen weiterzocke, weil ich würde schon gerne vielleicht die Valkyren wenigstens noch platt machen. Und dann wird es noch eine Bonus-Folge geben. Ich weiß aber nicht, wann das kommt und ob es kommt. So, ansonsten würde ich mich für dieses Projekt erstmal von euch verabschieden. Nochmal so ein kleines Fazit von mir. In wenigen Worten, ich bin maßlos begeistert. Absolut geniales Spiel gewesen. Also, wow. Also, ich hatte auch relativ hohe Erwartungen. Man konnte ja auch schon relativ viel lesen, dass das Spiel ziemlich nice sein soll und alles. Aber es hat irgendwie trotzdem nochmal alles übertroffen. Also, es war eine super geniale Entscheidung gewesen. So, das ganze komplette Kampfsystem und auch von der Story und alles, das so ein bisschen umzumodeln. Und dass das jetzt auch so in der Story-Person ist, etc., etc. Und ich sag mal so, ich denke, wir können uns so hundertprozentig sicher sein, dass da definitiv, ich weiß nicht, ob ein zweiter Teil geplant ist oder erstmal eine Expansion kommt. Aber ich denke schon, dass auf jeden Fall auch irgendwann noch ein nächster Teil kommen wird. Das ist ja alles noch relativ offen hier alles. Wir haben ja eigentlich jetzt die ganze Zeit nur erstmal die Asche von unserer Mutter haben wir jetzt erstmal eigentlich nur irgendwie auf den Berg gebracht. Mehr haben wir nicht gemacht. Währenddessen. So. Und Odin und so, da ist ja noch was. Also, und ich denke, das wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Hundertprozentig. Das ist wirklich ein Neustart der kompletten Serie und der Neustart ist der absolute Oberhammer. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Hellheim begeistert. Oder Hilheim begeistert. Jo, Leute. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wie gesagt, könnte sein, dass noch mal eine Bonus-Folge kommt. Es kann aber sein, dass nichts kommt mehr. Werden wir sehen. Deswegen verabschiede ich mich erstmal so jetzt hier. Bei euch. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das tut es schon. So. Alles klar, Leute. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns beim anderen nächsten Projektern wiedersehen. Mal gucken. Also bei mir auf der Liste kann ich ja sagen, auch wenn das jetzt nicht so God of War mäßig ist, das Spiel. Aber worauf ich mich jetzt als nächstes am meisten freue, ist, kann ich ja schon mal verraten, Jurassic World Evolution. Das ist zwar dann Aufbauspiel und so, ne, alles, aber das ist so das, was ich an nächstes, wo ich mich wirklich am meisten drauf freue, auch fast dieses Jahr, so neben God of War. Mal gucken, was noch so alles kommt. Könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben, falls ihr noch irgendwie eine Idee habt. Aber ansonsten ist Jurassic World Evolution so der nächste Titel, wo ich mega gehypt bin. Ich bin wirklich mega gehypt, was das angeht. Genauso bin ich mega gehypt bei God of War, ob da irgendwann ein zweiter Teil kommt und so. Aber da bin ich mir echt ziemlich sicher. Und dann sehen wir uns auch da wieder. Also, dann bedanke ich mich fürs Zugucken, wie gesagt. Adrios, hau rein. Bist doch ein ganz guter, hä? Da haben Offtake die Erziehungsstellen doch irgendwas gebracht. Also, ne, Leute, macht's gut. Tschüssi. Töne. Hahaha. Haha.